Hier spricht Ihr Flugkapitän Jürgen Schumann. Im Namen der Lufthansa-Crew begrüße ich Sie herzlich auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Ein Urlaubsflieger auf dem Rückweg. Mit 86 Passagieren. Dann habe ich noch zum Kapitän Schumann gesagt, wir haben zwei Särge an Bord. Das bringt Unglück. Ich war ja früher bei der Marine und Tote an Bord bringen Unglück. Einer will sofort bedient werden. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, jetzt habe ich Sie vergessen. Warten Sie, ich bringe Ihnen gleich noch was. So war es. Die Stewardess Gabi Dillmann. Oh, sorry, Sir, I forgot about you. Dann sagte er nur, you will remember me. Es sind vier palästinensische Terroristen. Auf einmal schrie irgendetwas, es war plötzlich das absolute Chaos. Ich habe zuerst gedacht, es wäre ein Servicewagen umgefallen, aber in dem Moment wurde die Cockpit-Tür aufgerissen. Es ist Suair Akasche, genannt Mahmoud, der Kopf der Entführer. Dieser Mahmoud schrie dann out, 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 out. Es sind zwei Männer und zwei Frauen. Die hat mir einen Tritt gegeben, dass ich durch die Halle Maschine flog. Also das war schon ziemlich grob, sehr, sehr brutal. Auch sie wurde speziell für Flugzeugentführungen ausgebildet, so Haila Andraves. Und als ich dann auf einmal sah, wer da vorne stand, da wusste ich, warum ich mich an ihn erinnern würde. Shut up! Sit down! Don't move! This plane is under my command! Meine Freundin, die sagte zu mir, hoffentlich kommen wir jetzt nicht zu spät nach Hause. In dem Moment habe ich gesagt, hoffentlich kommen wir überhaupt noch nach Hause. Es ist der Beginn einer mörderischen Odyssee. 14.31 Uhr bekamen wir die erste Meldung, dass die Lufthansa-Maschine Landshut voll mit Touristen von ihrem Kurs, die ja nach Frankfurt fliegen sollte, abgewichen sei. Das war ein Alarmzeichen. Bonn im Ausnahmezustand. Schon seit Wochen hält der RAF-Terror die Republik in Atem. Politische Morde, Erpressungen, Geiselnahmen. Mit der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer am 5. September wollen die Terroristen ihre Gesinnungsgenossen aus der Haft freipressen. Doch Regierung und Opposition in Bonn wollen auf keinen Fall nachgeben. Die Flugzeugentführer wollen die Freilassung erzwingen. Dann ist der große Krisenstab zusammengetreten. Während der Sitzung habe ich schon dem Bundeskanzler Helmut Schmidt ein Zettel rübergeschoben, in dem ich aufgeschrieben habe, sollen wir nicht eine Lufthansa-Maschine fertig machen zum Nachfliegen. Und er schrieb drauf, ja, für dich. Donnerstag, 15.46 Uhr. Die Lufthansa Boeing Landshut landet auf dem römischen Flughafen. Sie wird sofort auf eine abgelegene Rollbahn dirigiert. Wenig später meldet sich ein Führer, der sich Hauptmann Walter Mohammes nennt. Tatsächlich nennt er sich Käpt'n Martyr Mahmoud. Die Forderungen der palästinensischen Entführer decken sich mit denen der RAF-Terroristen, die Schleyer, gefangen halten. Sie fordern die Freilassung von elf RAF-Häftlingen. An Bord der Landshut werden die Pässe eingesammelt. Unter den Passagieren ist auch eine Jüde. Sie hat ihren gesamten Schmuck ausgezogen und hat mir den gegeben. Und sie hat gesagt, hier, das schenke ich dir, das kannst du alles behalten, ich brauche es nicht mehr, ich bin jetzt gleich tot. Sag ich, das will ich nicht, ich gebe es im Zweifelsfall ihren Kindern. Ja, aber sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, sie werden das überleben. Sie hat mir später eins geschenkt. Ich habe ihn sogar an. Die erste Etappe, Rom. Die Bundesregierung wendet sich an die Regierung Italiens. Der Start der Maschine müsse unbedingt verhindert werden, notfalls durch Schüsse in die Reifen. Bonn will verhindern, dass die Landshut den NATO-Raum verlässt, um die Chancen für eine Geiselbefreiung zu erhöhen. Doch Italien will kein Risiko eingehen. Also das Zerschießen der Reifen, um die Landshut an einem Weiterflug zu hindern, das wäre mit Sicherheit ein Fiasko, ein Blutbad geworden. Die Entführer, die waren so erregt, die hätten mit Sicherheit um sich geschossen. Also bin ich ganz fest von überzeugt. Auch die Lufthansa bildet einen Krisenstab. Rüdiger von Lutzau ist Lufthansa-Pilot. Dann sagt mir jemand, unsere 181 ist entführt. Hast du schon gehört? Also ich hatte es noch nicht gehört. Aber ich wusste, da auf dieser Maschine ist meine Freundin drauf. Das haut sie erst mal um, um Gottes Willen. Das war schon ein Schlag in die Magengrube. Also so begann das dann. Wir waren erst drei Monate zusammen. Da war alles die Liebe, war noch ganz jung. Er hatte mir schon mal einen Heiratsantrag gemacht. Ja, ich habe es meinem Chef, dem Kapitän Rogowski, gesagt. Wenn es irgendwie einen Entsatzflug gibt, dann möchte ich dabei sein. Das war mein Antrag. Nach Rom heißt das nächste Ziel zum Auftanken Larnaka, im griechischen Teil Zyperns. Dort will ein Vertreter der PLO mit den Geiselnehmern verhandeln. Die Verständigung fällt schwer. Mahmoud tobt vor Wut. Auch damals gibt es mehr und weniger militante Palästinensergruppen. Zunächst mit Zustimmung Arafats wurden Flugzeuge entführt, geräumt und gesprengt. Zur Kaperung der Landshut geht seine PLO auf Distanz. Die Geiselnehmer der Landshut gehören der radikalen PFLP an, der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die Kontakte zur RAF sind eng. In den Lagern wurden auch deutsche Terroristen ausgebildet. Ein Kopf der PFLP ist Wadi Haddad. Er leitet das Sonderkommando der Gruppe und hat auch Kontakte zum KGB. In einem Geheimbericht von KGB-Chef Andropov heißt es, Die Kontakte mit Haddad gestatten uns, die Operationen des Kommandos in einem günstigen Sinne zu beeinflussen. Doch wie weit reicht der Einfluss wirklich? Diese Organisation war uns nicht untergeordnet. Sie entschied alleine. Es war nicht immer einfach, sie zu den gewünschten Resultaten zu führen. Andropov wollte unbedingt Haddads Fähigkeiten nutzen. Aber Wadi hat es grundsätzlich abgelehnt, von irgendjemandem gelenkt zu werden. Ort der Entscheidung ist Bagdad. Hier suchen RAF-Angehörige während der Schleierentführung Unterstützung bei Wadi Haddad. Er selbst soll den Anstoß gegeben haben. Er hat gesagt, er hätte uns zwei Sachen zu offerieren. Entweder die deutsche Botschaft in Kuwait oder die Entführung eines Flugzeugs. Und die Entscheidung war dann eben, gut, bei der Flugzeugentführung stimmen wir zu. Diese Flugzeuge in Jordanien hat die PFLP in die Luft gesprengt. Ohne Passagiere. Gilt der palästinensische Terror jetzt den Deutschen? Bassam Abu-Scharif war damals Sprecher der Volksfront. Definitiv ging es um die Interessen der deutschen Genossen. Was hätte denn die Volksfront selbst davon haben sollen? Das Gegenteil war der Fall. Die Deutschen übten nicht unbedingt Druck aus, aber sie nahmen uns in die Pflicht. Das soll auch Mahmoud, der Kopf der Landshutentführer, so empfunden haben. Er war nicht mit Überzeugung dabei, hatte nicht das Gefühl, für sein Land zu kämpfen. Er wollte für Palästina sterben. Und nun gehen nicht nur palästinensische Gruppen auf Distanz zur Entführung. Keine Landeerlaubnis in Bagdad, Kuwait, Bahrain. Niemand will mit der Entführung zu tun haben. Spritmangel zwingt zur Landung in Dubai. Ohne Genehmigung setzt die Landshut auf. 14 Stunden sind seit Beginn der Entführung vergangen. Der Verteidigungsminister der Emirate, Scheich Mohammed Al Maktoum, fordert, Frauen und Kinder freilassen als Bedingung für Kerosin zum Weiterfliegen. Doch den Entführern wurde bei der Ausbildung eingetrichtert, sich auf keinen Handel einzulassen. Der Sprit geht zu Ende. Die Klimaanlage fällt aus. 60 Grad. In diesem kleinen Innenraum, da 100 Passagiere. Und dann war es ja so, dass die Toiletten schon lange verstopft waren. Und da standen mittlerweile Kartons drin, die waren bis oben hin voll. Und das hat allein aus den Toiletten heraus schon bestialisch gestunken. Also das war wirklich hart. Es gab keine Cleaner, es gab keine Reinigungsmöglichkeiten. Es war... Alle Frauen haben ihre Tage gekriegt, weil sie an ihre Pille nicht rankamen. Erste Filmaufnahmen vom Entführer. Hinter der verschlossenen Tür kommt das zu Schikanen. Zu Terror gegen alles, was jüdisch erscheint. This is a Jewish sign! You are a Jew! Go down! Go down! Look on your clock! Und da musste ich die Uhr abmachen. Und da war tatsächlich ein fünfzackiger Stern mit einem J drin. He is a Jew! Welche Religion hast du? He is a Jewish sign! Habe ich gesagt, I am Evangelik. What is Evangelik? Und da sagte Jürgen Schumann, Protestant. Da sage ich, I am Protestant. You are Jewish. Okay, my friend. Du bist Jude, du wirst jetzt erschossen. Destroy your clock! Er hat dann die Uhr auf den Boden geschmissen. Und destroy your clock! Okay, destroy! Und wir haben auch alle gesagt, bitte, bitte, hoffentlich geht diese Uhr bald kaputt. Weil der Vito, der hat überhaupt nicht mehr nachgelassen. Er hat wie ein Wilder auf der Uhr rumgetreten. Der war so verzweifelt. Und wir haben dann gedacht, wenn jetzt nicht die Uhr gleich kaputt geht, erschießt der Dinge. Go down! Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, na gut, wenn es dann sein muss mit der Erschießung oder wenn dein Leben jetzt hier endet, dann ist es eben so. Do you like that? Look! This fucking Jewish sign! Ich war völlig dann, ja, ich war völlig erledigt, ja. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Jürgen Wischniewski, landet in Dubai. Er gilt als Arabienkenner. Sein Spitzname lautet Ben Wisch. Wir haben den Terroristen in Dubai angeboten, dass sie Frauen und Kinder als erstes rauslassen sollen. Und ich dann in die Maschine reinkomme. Und wenn ich drin bin, dann sollen sie Männer freilassen. Wir haben ihnen gesagt, es wird euch doch genügen, wenn ihr einen Mitglied der Bundesregierung in Händen habt. Sie haben sich nicht darauf eingelassen. Dubai hat Bonn zugesichert, die Maschine am Boden zu halten. Ziel ist, eine Möglichkeit zur Befreiung der Geiseln zu schaffen. Wir wollten weiterfliegen. Und der Tower hat sich geweigert, die Maschine aufzutanken. Und dann hat er uns Nummern gegeben von 01, 01 und 02 und 03. Und hat gesagt, wir sollen zurück auf die Sitze gehen. Und er ruft dann die Nummern auf und dann sollen wir nach vorne kommen, dann werden wir erschossen. Diana Müll wird von Mahmoud an die offene Tür gezarrt. Er kündigt ihre Erschießung an. Und dann habe ich überlegt, was das Letzte sein soll. Was ich sehe. Dann habe ich gedacht, gucke ich ihn in Mahmoud an, gucke ich ihm ins Gesicht, wenn ich sterbe. Oder denke ich an was Schönes. Ich habe mich dann für was Schönes entschieden. Ich habe das Gesicht meiner Mutter von meinem Vater gesehen, von meinen Geschwistern. Und habe einfach innerlich Abschied genommen. Und dann habe ich mir gedacht, und das soll das Letzte sein, was ich gesehen habe. So für mich. Und dann ist halt gut. Ja, und dann hat sich das dann wirklich so zugespitzt, dass der Mahmoud wirklich bis in die letzte Zahl gegangen ist. Der hat wirklich bis 10 gezählt. Und bei 10 habe ich dann auch gehört, wie der Tower geschrien hat, wir tanken auf. Also, das ist, das ist... Und von da an weiß ich dann nichts mehr. Es ist nur eine Etappe der tödlichen Odyssee. Auf das nächste Ziel setzen die Entführer besondere Hoffnungen. Aden, die Hauptstadt des Südjemen. Wadi Haddad ging davon aus, dass alles gut wird, wenn er seine Leute in den Südjemen schickt. Da gab es gar keinen Zweifel, dass die dort aufgenommen werden. Der kommunistische Südjemen hat immer wieder Terroristen Zuflucht geboten, auch Deutschen. Die PFLP hat ein Camp in der Nähe von Aden. Mahmoud wähnt sich am Ziel. Aden sollte eine Basis bieten. Und dann sollte von dort aus weiter verhandelt werden. Mit den Geiseln und dem Flugzeug als Pfand. So wie man das üblicherweise macht. Doch Aden macht dicht. Der Spreit geht aus. Eine Notlandung wird vorbereitet. Neben der Rollbahn. Die Bahn war mit Panzern und LKWs in größerer Menge verstellt. Es war jede Menge. Also wir hatten keine Chance, irgendwo eine Lücke zu erwischen. Richten Sie Ihre Rückenlehnen auf. Kleinen Sie sich an und beugen Sie sich nach vorne. Wir haben gedacht, wir werden das nicht überleben. Wir haben uns alle drei die Hand gegeben, voneinander Abschied genommen. Man hat das Gefühl gehabt, das hört nicht mehr auf. Dieses Holpern und dieses Poltern. Wir haben immer gedacht, oh Gott im Himmel, lass diese Maschine jetzt zum Stehen kommen. Das war auch eine ganz komische Situation. Das war eine richtige Verbrüderung. Wir lagen uns in den Armen, dass wir da heil runtergekommen sind. Auch mit den Terroristen. Drei Minuten vorher haben wir noch mit dem Tod gerechnet. Und der war nun nicht eingetreten. Wir standen da, hatten wieder etwas überlebt. Warum wurde der Flughafen gesperrt? Unsere Regierung hat grundsätzlich den Befehl gegeben, dass kein entführtes Flugzeug die Erlaubnis bekommt, bei uns zu landen. Egal woher es kommt. Ein unerwarteter Empfang. Dann wurde die vordere Tür geöffnet. Da waren dann Soldaten. Höheren Ranges, man sah da viel Gold, würde ich mal sagen. Und da wurde er auf Arabisch da verhandelt. Und dann sagte plötzlich der Mahmoud, ich kann mich noch so an sein Gesicht erinnern. Er wollte das nicht glauben. Und hat gesagt, die wollen, dass wir wieder weg, dass wir wieder starten. Die wollen uns hier nicht haben. Denn der Südjemen will sich international nicht isolieren. Präsident Salim Ali Roubaix versuchte, dieses Land von terroristischen Einflüssen zu befreien. Das ist sicher einer der Gründe, warum er so strenge Anweisungen gab, keinem dieser Terroristen zu helfen. Die Maschine soll so schnell wie möglich wieder starten. Vorher hatte niemand an dem Erfolg der Entführung auch nur gezweifelt. Aden war in der Tat der Wendepunkt. Das war unerwartet. Und es war ein Schock. Inzwischen setzt Bonn auf internationale Mobilmachung. Die Bundesregierung ist mit allen beteiligten Regierungen in Gesprächen, die allesamt dem Ziel dienen, das Leben der Menschen an Bord des Flugzeuges und das Leben von Hans-Martin Schleyer zu bewahren. Die Suche nach Hilfe ist blockübergreifend. Geheimdiplomatie mit Moskau mitten im Kalten Krieg. Der Kreml wies Botschaften und Dienste an. Alles zu tun, die beteiligten Mächte zu bewegen, nicht passiv zu sein, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die einen friedlichen, guten Ausgang dieses Konfliktes bewirken konnten. Unabhängig von den ideologischen, politischen, militärischen Gegensätzen zwischen Ost und West gibt es so etwas wie ein gemeinsames Interesse an einer Stabilität im weltweiten Zusammenleben. Völlig unabhängig von politischen Sympathien und Gegensätzen gab es eine Kooperation. Auch mit Ost-Berlin. Ich wurde informiert darüber aus Berlin durch das Telegramm vom Außenminister Oster Fischer. Der war durch Minister Genscher gebeten worden, dass der Botschafter, also ich in dem Falle, weil wir gute Beziehungen haben, auf die VDJ einwirke mit der Bitte. Bei der Beilegung des Geiseldramas zur Rettung der Menschenleben ein kooperatives Verhalten zu zeigen. Wenn es notwendig wäre, sollte ich sogar von mir aus versuchen zu sprechen mit den Terroristen, dass sie weiter fliegen. Doch die Diplomatie reicht nicht bis zum Flughafen Aden. Kapitän Schumann inspiziert das notgelandete Flugzeug. Plötzlich ist er nicht mehr zu sehen. Es beginnt eine Tragödie. Und habe dann mit dem Megafon gerufen, Jürgen, wo bist du? Jürgen, komm zurück. Jürgen Schumann ist zum Tower gegangen, um zu verhandeln. Er sagte, bitte, die Passagiere werden umgebracht und das wird bald geschehen. Ich sagte ihm nur, ich kann die Passagiere nicht aus dem Flugzeug lassen. Ich denke, er versuchte, seine Passagiere zu retten, wie der Kapitän eines Schiffes, der an sein Leben zuletzt denkt. Und er zahlte dafür den höchsten Preis. Mahmoud beschimpft Schumann als Verräter, der sich unerlaubt entfernt haben. Der Entführer hat dann bestimmt, wenn der nicht zurückkommt, dann wird alle fünf Minuten wird eine Geisel erschossen. Ahnt Schumann, was das bedeutet? Er sagte uns, dieser Entführer ist ein Verrückter. Er wird mich töten. Dann drehte er sich um und ging zurück zum Flugzeug. Jürgen Schumann kehrt aus freien Stücken zurück. Der Kapitän kam zurück und hatte ein total versteinertes Gesicht. Und ich habe das Gefühl, dass er wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Schumpa musste sich vor ihn hinknien und versuchte, sich zu entschuldigen. Gilti oder nicht gilti? Ob er schuldig ist oder nicht schuldig. Er schrie immer, gilti oder ungilti. Dann hat der Mahmoud gesagt, wenn einer wegguckt jetzt zu den Passagieren, der wird erschossen. Und dann, ja, dann, das war grauenhaft, weil das direkt neben mir passiert ist. Gilti oder nicht gilti? Da Mahmoud die Pistole und schlug ihm die an den Kopf, dass der Kopf hart zur Seite flog. Und dann hat er abgedrückt. Und ich weiß noch, ich hatte die ganzen Füße voller Blut. Also das war ganz entsetzlich. Jürgen Schumann hat sich geopfert. Für die Menschen in der Landshut. Nach so einer Notlandung und aus Sorge um die Passagiere und seine Besatzung, hat er nur einen Gedanken gehabt, eben dieses, den Widerstand zu verhindern. Er ist da in einer ausweglosen Situation gewesen. Dieser Käpt'n Mahmoud sagte uns, ich habe den Piloten erschossen. Wo kann ich seine Leiche rauswerfen? Der Einsatzleiter sagte ihm, wenn du das machst, ist das ein aggressiver Akt gegen den jemenitischen Staat. Dann wird es eine ernste Auseinandersetzung zwischen uns und euren Leuten hier im Land geben. Aden will die Landshut endlich loswerden. Das war für mich ein Horrortrip. Die ganzen Instrumente waren schon Richtung roter Bereich, zum Teil schon im roten Bereich, durch den Sand, der da in die Triebwerke reingezogen wurde. Wenn jetzt ein Triebwerk anfängt zu brennen, dann wären wir in der Luft explodiert. Auf Mahmouds Liste möglicher Ziele steht auch der Name der somalischen Hauptstadt, Mogadischu. Er fragte die Zentrale über Funk, wie geht das weiter? Was geschieht hier? Es gab keine Antwort auf diese Frage. Ich denke, von diesem Zeitpunkt an fühlte sich Mahmoud hintergangen. Mogadischu. Der Entführer fragt, ob ein Vertreter der Bundesrepublik vor Ort sei. Michael Lieberl ist der Geschäftsträger der Deutschen Botschaft. Das Beunruhigendste war für mich, ich merkte sofort, dass er übermüdet war. Das hat mir die größte Sorge bereitet. Ich hatte sozusagen, ich hatte es zu tun mit jemandem, der eigentlich sozusagen am Ende seiner Reise war. Und nachdem er in Aden den Flugkapitän erschossen hat, war uns natürlich auch der Ernst der Lage noch mehr klar geworden. Die Leiche des ermordeten Flugkapitäns wird von Bord gebracht. Wenig später trifft der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Jürgen Wischniewski, ein. Ich bin eingetroffen in Mogadischu in einer Atmosphäre größter Abneigung auf somalischer Seite. Und das Klima hat sich von Stunde zu Stunde dann vertrauensvoll entwickelt. Zum somalischen Präsidenten Siad Barre. Der bestimmt in dieser Zeit seinen Standort zwischen Ost und West neu. Bislang hat er sich stets solidarisch zu den Palästinensern erklärt. Als Verbündeter des Westens will er nicht dastehen. Aber als Partner gegen den Terror lässt er sich vielleicht gewinnen. Somalias Botschafter in Bonn wird an diesem Tag zu Minister Genscher und Kanzler Schmidt bestellt. In wenigen Stunden könne ein Flugzeug mit Polizeispezialisten in Mogadischu sein. Gemeint ist die GSG 9. Somalia könne, wenn es sich kooperativ zeigt, mit aller Hilfe von deutscher Seite rechnen. Das war keine einfache Sache auf fremdem Territorium. Wer lässt schon gern militärische oder auch polizeiliche Kräfte aus einem anderen Land im eigenen Land operieren? Im Protokoll zum Botschaftergespräch ist von deutschen Flugzeugentführern die Rede. Und einem Araber zur Tarnung. Warum? Die politisch gewichtigen Gespräche, die hat der Kanzler selbst geführt. Und das Gespräch mit Siad Barra hat eine Stunde gedauert. Da hat er den Staatschef von Somalia erstmal überreden müssen und zu sagen, lass das nicht durch deine Leute machen. Wir wissen, dass die gut sind, aber wir haben doch noch mehr technische Möglichkeiten. Lass uns das mal machen, denn es sind unsere Bundesbürger, die in der Maschine sitzen und es sind unsere Terroristen. Was ja nicht stimmte. Und nachher gab es da schon einen gewissen Erklärungsbedarf. Ein taktisches Manöver. Und es wird nicht das einzige bleiben. Inzwischen ist auch der Kommandeur der Antiterroreinheit GSG 9 in Mogadischu eingetroffen. Ich bin dann sofort zum Terminal gegangen. Da saß ein normaler General an einem Tisch und ein riesen Aschenbecher vor ihm. Und ich habe mir gedacht, also was machst du bloß, dass du die davon abbringen kannst. Denn ich war mir klar, das konnte nicht gut gehen. Zwei GSG 9 Männer zeigen vor Ort, was sie können. Wie im Lehrfilm. Das Problem ist immer die Türöffnung. Das muss natürlich innerhalb von Sekundenbruchteilen geschehen. Der General sah das und war völlig verblüfft und sagte dann, ja was machen wir jetzt? Ich sage, das ist ganz einfach. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie gehen zu Ihrem Präsidenten und machen ihm den Vorschlag, dass wir eine sogenannte Joint Operation machen. Und dieses Joint Operation war das Schlüsselwort. Eine gemeinsame Aktion. Gab es noch weitere Schlüsselworte? Das ist ganz natürlich, dass man nachher seine Dankbarkeit zeigt. Nicht mit ein paar Blumen, sondern Cash. 17. Oktober, 16 Uhr. 95 Stunden nach Beginn der Entführung. Ein Ultimatum vom selbsternannten Captain Mahmoud. Im Cockpit macht Gabi Dillmann einen Vorschlag. Ich habe sie überredet. Ich habe gesagt, lasst mich mal was sagen, weil ich bin Deutsche. Ich habe die Innenansicht und kann einen Appell an. Wenn ihr was sagt, ihr seid die Bösen. Hier ist Gabi Dillmann. Stewardess der Landshut. Ich habe das beschrieben, wie es an Bord war. Und ich habe gedacht, ich mache denen jetzt ein so schlechtes Gewissen, dass sie was tun müssen. Ich konnte nur sagen, die Bundesregierung bemüht sich und naja, was man halt so sagt. Aber ich konnte ihr natürlich da auch und wollte ja auch da gar keine Hoffnung machen. Bitte, bitte sagen Sie meiner Familie, dass es gar nicht so schlimm war. Bitte sagen Sie meinem Freund, sein Name ist Rüdiger von Lutzau, dass ich ihn sehr geliebt habe. Rüdiger von Lutzau, der Wischniewski nach Somalia geflogen hat, hört mit. Dann merkte ich, sie hat jetzt die Hoffnung verloren. Und das ist natürlich schon scheiße. Da hatte ich richtig Angst um meine Gabi. Wen würden Sie grüßen, wenn Sie eine letzte Botschaft geben? Natürlich die Menschen, die Sie lieben. Das ist doch klar. Das Ultimatum läuft ab. Die Frauen mussten die Strumpfhosen ausziehen. Dann wurde man hinter dem Rücken, wurde man gefesselt. Und dann sind die aus dem Bordverkauf mit den Flaschen von Alkohol rumgelaufen und haben alle mit Alkohol übergossen. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist es vorbei. Da hatte ich das Gefühl mal, jetzt schreist du einfach los, dass er dich erschießt, damit du nicht verbrennst. Ich habe das Glück gehabt, ich saß 1,5 Meter vor der Bombe. Ich habe immer nur gedacht, das ist das Wichtigste für mich. Ich verbrenne nicht, ich fliege sofort in die Luft mit der Bombe. In Wischniewskis Auftrag bereitet man sich im Tower auf die Mitteilung einer entscheidenden Botschaft vor. Michael Lieberl ist der Überbringer. Wir haben nur die Information bekommen, dass die Bräder in Deutschland sind. Die Kriegslisten, die du liberatet möchtest, sind jetzt zusammengebracht, um hier nach Mogadischu zu fliegen. Die Kriegslist war das, dass ich die Unwahrheit gesagt habe den Terroristen, eine Notlüge angewandt habe, indem ich gesagt habe, die Bundesregierung hat nachgegeben, der Austausch kann stattfinden, aber jetzt brauchen wir so und so viele Stunden Zeit. Die Leute müssen in Frankfurt auf dem Flugplatz zusammengeführt werden. Wir werden sie laufend darüber unterrichten, wo das Flugzeug mit den Freizupressenden ist. Okay, everything will be alright. You will be free. The German comrades. Und dann hatte er eine super Laune. Das war wirklich wieder so eine makabre Situation von einem, der uns vorher alle umbringen wollte, auf bestialische Art und Weise, dass der dann da durchgeht und ist unser Freund. Er wähnt sich als Sieger. Die Lufthansa-Maschine mit der GSG 9-Einheit im Anflug. Zum Auftanken hatte der Pilot keine Möglichkeit mehr. Also es hieß, wir könnten jetzt doch nach Mogadischu fliegen. Und dann ist er quasi im Segelflug, wie er uns so sagte, die letzten Kilometer nach Mogadischu rein gesegelt. Und dann buchstäblich wohl mit dem letzten Tropfen Sprit hier auf der Landebahn aufgesetzt. Es hätte also nicht mehr viel Kilometer, nicht mehr viel Meilen sein dürfen, sonst hätte es das nächste Problem gegeben. 17. Oktober, 20 Uhr. Über 60 GSG 9-Männer befinden sich nun auf dem Flugplatz von Mogadischu. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf ihnen. Es bereiteten sich sechs Sturmtrupps vor, für jede Tür einer. Es bereiteten sich vor ein Rettungsteam für Verletzte. Es bereiteten sich vor ein Sprengstoff-Expertenteam für mögliche Sprengstoffwunde oder Handgranaten oder wie auch immer. Zur gleichen Zeit in Tel Aviv. Schon seit Tagen verfolgt ein passionierter Funker mit, was auf den Frequenzen der Lufthansa-Maschinen gesprochen wird. Auf 13.297 MHz Kurzwelle. Ich erfuhr, dass ein Kommando unterwegs war, um die Geiseln aus den Händen der Terroristen zu befreien und dass sie das Flugzeug in Mogadischu stürmen wollten. Ich wusste nicht den exakten Zeitpunkt. Tja, und nun machte ich einen großen Fehler. Ich rief die Chefredakteure von Radio und Fernsehen an, für die ich arbeitete. Und ich sagte ihnen, hört mal, da wird es bald eine Befreiungsaktion geben. Aber ich sage es euch vertraulich. Nutzt die Informationen bitte nicht, bis alles vorbei ist. Doch von hier aus nimmt die Nachricht ihren Weg in die Welt. Und als die israelischen Sender das verbreiteten, versuchte die westdeutsche Regierung, die Medien davon abzuhalten, die Nachricht zu bringen, damit das Unternehmen nicht gefährdet wurde. Ich muss ihnen sagen, die nächsten fünf Stunden bis zur Befreiung waren die schlimmsten meines Lebens. Die Nachricht dringt nicht durch bis zu den Entführern. Doch im Bonner Kanzleramt gibt es nicht nur Sorgen um die Geheimhaltung. Wie viele Opfer wird die Befreiungsaktion fordern? Es war eine ungeheure Spannung, wie ich sie, und das gilt wohl auch für alle, dass ich alle Mitglieder des großen Beratungskreises in meinem ganzen Leben nicht mehr so empfunden habe, körperlich. Meine Hände waren nassgeschwitzt, also richtig, das Wasser lief. So stark war die Spannung. Für den Fall, dass das Unternehmen scheitert, hat Helmut Schmidt eine Rücktrittserklärung vorbereitet. Das letzte Gespräch vor dem Sturm, in dem ich ihm gesagt habe, also es ist jetzt so weit, es geht jetzt in wenigen Minuten los. Und er sagt so, können wir noch irgendwas für euch tun? Und ich sage, ja, beten mehr ist nicht. Aber das ist ja auch viel, nicht? Die Operation Feuerzauber beginnt. Dass wir uns alle darüber im Klaren waren, wahrscheinlich wird es Verletzte möglicherweise Tote geben. Das ist eine ganz realistische Beurteilung bei solch einem Einsatz. Ich persönlich hatte Bedenken, als wir quasi unter der Maschine waren, in der Annäherung. Und ich dann gesehen habe, dass unsere eigenen Schatten nach links aus dem Flugzeug, unter dem Flugzeug heraus, weit zu sehen waren. Und da war mir klar, wenn die jetzt oben aus dem Fenster gucken und sehen, unsere Schatten, könnte für uns böse werden. Es war ja dunkel, nicht? Und wir mussten, wir mussten also mit den Funkgerichten arbeiten und die waren uns vormt zusammen. Und dann sage ich, okay, wir müssen das drauf einstellen, wir machen das mit Handzeichen. Vom Tower aus verwickeln die Unterhändler den Chef der Entführer in Gespräche zur Übergabe der freigepressten Genossen. Wir sahen, dass sich da was tut, was bewegt, am Flieger, unter dem Flieger. Aber wir haben gesagt, ich kann da nicht zugucken. Die ganze Zeit habe ich eigentlich vorne in der ersten Klasse und im Cockpit verbracht. Und irgendwas hat mir gesagt, setz dich jetzt einfach mal hin. Ich habe die ganze Zeit nicht gesessen. Dann habe ich mich hingesetzt. Und ich saß nicht lange und dann macht es. Klick! Sie kommen! Der Mann, der zuständig war, für die Tür ist, war von der Leiter gefallen. Hatte wohl seinen Auftrag eigentlich erledigt. Im Augenblick sehe ich nur noch einen Blitz aus der Maschine. Und merke einen Schlag auf der linken Seite von meinem Hals. Einer befand sich vorne im Cockpit und zwei eben in den vorderen Sitzreihen der ersten Klasse. Komm runter! Ich sah nur, wie das spritzte und schoss. Und es war ein Wahnsinn. Und ich habe gedacht, aber wenn die dich jetzt erschießen, das willst du nicht sehen. Ich habe mir meine Blut. Und die habe ich mir vor das Gesicht gehalten. Und dann habe ich nur gedacht, das ist ja wirklich jetzt ernst. Die schießen. Die schießen hier drin. Der Nummer drei, der trallte sich plötzlich mir gegenüber. Und hat aber schon einen Schuss abbekommen und ließ ihm eine Handgranate fallen. Und dann explodierte auch schon diese Handgranate vor mir und ich höre die Schüsse. Ich habe gesagt, gut, wenn du jetzt erschossen wirst. Aber du gehst kämpfend unter, das ist gut. Wenn der Splittermantel drum gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich zu einer weiteren Katastrophe gekommen. In der Form, dass also mehrere Menschen wahrscheinlich schwer verletzt, wenn es dann nicht sogar einige Tote gegeben hätte. Ich habe dann an den Hals gefasst und habe dann die Hand gesehen, dass die Hand voll Blut ist. Und da habe ich gedacht, das war es dann. So endet dein Leben hier. Wir sind von der GSG 9 gekommen, von Deutschland. Und wir holen dich jetzt hier raus, wir bringen dich nach Hause. Und das war für mich so das Stichwort, ich nach Hause. So, das war für mich ganz was Tolles, nach Hause, endlich. Wir sind uns in der Sanddüne alle um den Hals gefallen. Und wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und also das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Hatten viele schon die Hoffnung verloren? Nein, wir hatten immer Hoffnung. Wir haben zwar oft gedacht, jetzt ist das Ende. Aber dann haben wir immer wieder gehofft, es muss doch was passieren. Eine Terroristin überlebt, schwer verletzt. Diese Andra House hat immer dieses Siegzeichen gemacht, Victory. Und da die so brutal zu mir war und ich die Frau so gehasst und so viel angstvoll, ihr hatte in diesem Flugzeug, habe ich gedacht, so, jetzt gehst du mal hin und jetzt spuckst du der Mann mitten ins Gesicht. Und dann bin ich da an sie herangetreten und dann lag sie da, aber sie blutete und da habe ich das nicht gekonnt. Ich habe meine Spuke wieder untergeschluckt und mich wieder abgewendet. Die Verbindung war ganz schlecht nach Bonn, ganz, ganz schlecht. Und habe dem Schmidt kurz und bündig gesagt, die Arbeit ist erledigt. Und er hat gefragt, wie viele Tote wir haben, habe ich gesagt, drei tote Terroristen, eine schwer beschädigte, schwer verwundete Terroristin. Drei der Entführer sind tot. Die Passagiere leben. Alle. Ein GSG 9 Mann mit einem Halsdurchschuss, den haben wir schon wieder mit zurückgenommen. Nur eine Fleischwunde. Als ich dann merkte, es ist doch nicht so schlimm, man kriegt Luft und man kann sich bewegen und so weiter. Man sieht auch und kann sprechen. Also für mich war es sicher irgendwie ein neues Auferstehen, klar. Das ist so wie ein, sag ich mal, Sechser im Lotto. Das grenzte an ein Wunder. Es hätte ja sein können, sie stürmen das Flugzeug und in dem Augenblick zündet einer von den Männern oder eine der beiden Frauen die Bombe. Und die Männer gehen mit den Passagieren in die Luft. Und wir haben nur noch Tote, nicht? Bilder einer geglückten Befreiung. Und dann habe ich mich dann da hingesetzt und auf einmal steht mein Mann vor mir, beziehungsweise mein damaliger Freund. Und wenn ich irgendetwas nicht erwartet hätte, dann das. Wir lagen uns in den Armen. Ich habe wahrscheinlich fürchterlich geheult. Und sie hat mich getröstet. Also das, glaube ich, war so. Aber es waren ja Freudentränen. Das war okay so. Eine Nachricht geht um die Welt. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Dann ja noch massive Schwierigkeiten, uns wieder nach Hause fliegen zu lassen. Als die Somaliks mitbekommen haben, dass es keine deutschen Terroristen waren, sondern Palästinenser, wurde angeordnet, unsere Maschine zu umstellen. Und da standen wir uns so 40, 50 Meter mit den Somaliks gegenüber. Das war also, ich hoffe, das stand auch in keiner Zeitung. Am Ende kommen alle heim. Der Kanzler gilt als Sieger. Doch der Terror ist noch nicht zu Ende. Es folgen die Selbstmorde der RAF-Häftlinge in Stammheim und die Ermordung Hans-Martin Schleyers. Für die Passagiere der Landshut ist die Tragödie vorüber. Doch ihr Leben wird nie mehr so sein, wie es war.